Der ein oder andere hat es mit Sicherheit schon gesehen, denn wir planen für nächsten Montag auch wieder einen Livestream. Dieses Mal aber ein bisschen anders, beziehungsweise, was ist anders? Wir haben ja jetzt letzten Montag mit der Technik so ein bisschen rumgespielt und wollen auch noch ein bisschen besser den Ton abgreifen. Videotechnisch haben wir ja schon besser, also schon eine bessere Kamera. Ich arbeite parallel auch gerade noch an einem neuen Studio. Ich weiß nicht, ob ich es noch fertig kriege bis nächsten Monat, wird eng oder so. Wetter ist aber ganz okay oder so. Also auf jeden Fall ist dieses jetzt ein Ankündigungsvideo für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben im Kanal. Wir wollen jetzt regelmäßig jeden Montagabend um 19 Uhr bis, keine Ahnung, Ende offen, einen Livestream machen. Und wollen das dreimal im Monat eigentlich mit einem festen Thema machen, damit das Ganze nicht so durcheinander ist. Oder beziehungsweise die, die irgendwelche Sachen nicht interessiert, dann gucken die das wieder nicht oder so. Und einmal im Monat wollen wir ein offenes Thema machen. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, ihr könnt selber eingreifen in das ganze Geschehen. Und zwar, wenn ihr unter diesem Video im Prinzip eigentlich kommentiert, was ihr gerne besprochen haben wollt, was ihr sehen wollt. Deswegen haben wir gedacht, wir machen, da wir jetzt in den letzten Tagen, sowieso hatte ich ja einige Drohnenvideos, machen wir als nächstes Thema mal das Thema Drohnen generell erstmal, dass wir das behandeln. Das heißt, dazu könnt ihr hier in den Kommentaren eure Fragen dazu stellen. Und ihr könnt auch Vorschläge machen für kommende Livestreams. Also was wollt ihr dann sehen, besprochen haben oder sonst was. Also völlig interaktiv, völlig zu mitmachen. Und ja, so ist das erstmal grob geplant. Wie gesagt, Hintergrund ist halt eben, wir arbeiten am Studio, wir arbeiten am Ton, am Bild und am Licht und am was weiß ich nicht alle. Und dann ist das so, dass wir das halt eben einmal die Woche machen. Also jeweils auf Montagabend 19 Uhr. Das ist erstmal so der Plan. Kann sich vielleicht hier und da nochmal geringfügig ändern. Aber so grundsätzlich sollte er sein. Da soll er doch wahrscheinlich, werden er auch die meisten Zeit haben. Dem Stream können wir ja noch im Nachhinein gucken. Ja, habe ich sonst sowas vergessen? Ne, genau. Und Hashtag mache ich auch jeweils noch. Zu jeweils. Also wenn einer auf Google+, auf Facebook, auf Twitter, auf keine Ahnung was, auch noch Vorschläge posten will, dann kann ich das ja besser wiederfinden. Habe ich mir jetzt noch keinen ausgedacht. Guckt in der Videobeschreibung, da steht es dann wahrscheinlich drin. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf nächsten Montag. Freue ich mich auf euch, eure Fragen. Mein Handy will mir schon wieder. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Montag um 19 Uhr. Bis dahin und Tschüss.